Was geht ab meiner Sicht weiter? Osaru hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, Leute, kurze Ansage und zwar werde ich heute noch live gehen auf Twitch um 23.30 Uhr mit Pokémon Ultra Sonne. Warum so spät? Nun ja, eigentlich wird das Spiel legal, was heißt legal, offiziell erst am 17. November Release und deswegen darf man das legitim legal so gesehen erst ab diesem Datum an streamen, ab Mitternacht. Deswegen werden um 23.30 Uhr Leute auf Twitch online gehen und ab Mitternacht machen wir dann ein kleines Antesten zu Ultra Sonne und Mond, das ist dann das nächste Projekt auf Twitch. Würde mich gerne freuen, wenn ihr vorbeischaut, der Link zu meinem Kanal ist in der Beschreibung. Aber Leute, aber zu den News für das Japanische Dokkan Battle, ihr seht es, ihr seht es, Super Saiyajin 3 Bardock. Erstmal, woher kommt dieser Dude? Aus Dragon Ball Heroes. Aber wir wissen, viele Dragon Ball Heroes Charaktere wurden auch in Dokkan Battle implementiert, zum Beispiel der dreifache Broly, die kommenden dreifachen Gohan, dreifache Trunks und so weiter und so fort. Mest Saiyan. Also Dragon Ball Heroes ist eine Sache Leute, Dragon Ball Heroes ist eine Sache, zumal, vielleicht wissen das einige, die Dragon Ball Heroes Banner, die exklusiven Dragon Ball Heroes Banner nur im japanischen Dokkan Battle erschienen sind, nicht in Global. Weil es im Global so gesehen Dragon Ball Heroes offiziell nicht gibt, aber gewisse Charaktere, spezielle Charaktere, wie Mest Saiyan, Dreifacher Broly und so weiter und so fort, haben auch ihren Weg natürlich ins Global gefunden, weil sie nicht unter der Kategorie der Heroes Banner rauskommen, sondern in ihren eigenen Bannern. Und das wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise ist ganz sicher, das wird so sein, mit dem dreifachen Bardock. Woher wissen wir das Ganze? Das ist aus den V-Jump Leaks, aus den neuesten, hier sehen wir, ähm, Dragon Ball Z Dokkan Battle, dreifacher Bardock, Leute, seht ihn euch an. Also, wir schauen uns erstmal die Scans an, es gibt noch ein bisschen paar Infos dazu auf Reddit. Aber, S-Intelligence Type SR, so wird er aussehen, wenn er droppt. 77 Medaillen wird man brauchen, 7 und 7, nicht, nicht 7, oder 7, 7, 7, 7 natürlich, 7 70 Medaillen, um ihn Dokkan zu erwecken durch seine eigenen Medaillen, heißt, er wird ein eigenes Dokkan-Event bekommen, wie jedermann, also wie Mast Saiyan und so weiter und so, dreifacher Broly. Ähm, und man wird ihn dann erwecken können, na klar, mit dem Dokkan Awakening zum Transcendent Ultra Wear Super Saiyajin 3 Bardock und diese Pose, also, wenn das Artwork wird, sollte er nicht sein. Er sieht geil aus, mit so einem Lightsaber so gesehen, dieser Dude sieht geil aus, Leute, er sieht wirklich geil aus. Er hat noch so gesehen, die Klamotten von Mast Saiyan an, das ist ja von Heroes, klar. Kam auch, also nachdem er so gesehen, ich weiß nicht viel von Heroes, aber nachdem er eben von diesem Mast Saiyan, dieser Mast Saiyan war, äh, kontrolliert wurde, ist er dem ganzen Entsprung und zum Dreifahren geworden, um kurz zu sagen, glaube ich, so habe ich es in Erinnerung. Und da hat er noch die Klamotten an, aber es wird sicherlich keine Stage 3 vom Mast Saiyan-Event. Könnte vielleicht sein, aber ich denke ja nicht, das wird sein eigenes Dokkan-Event. Ähm, dann wird es noch einen weiteren, einen weiteren Super Saiyan 3 Bardock geben. Für ihn braucht ihr 21 Medaillen, wir schauen uns gleich an, wie ihr diesen hier bekommt, aber der wird dann aus dem Banner sein, eben die Dokkan-Karte, die ihr ziehen werden könnt und die ihr dann erwecken könnt zum Super Saiyan 3 Bardock. Ich bin echt geil, wenn ich ehrlich bin, aber es wird noch besser, es wird noch besser, denn wir haben einige News, einige kleine News. Ähm, Image haben wir gerade gesehen, die zwei Bilder. Es ist ein Intype, Super Saiyan 3 Bardock kommt für das nächste Dokkan-Fest im japanischen Dokkan-Battle für Dezember. Ähm, dann, haben wir schon gesagt, braucht man 77 Medaillen für sein Dokkan-Event, für sein Dokkan-Awakening. Und, boom, er ist, er wird der Super Saiyan 3 Kategorie-Leader, Leute. Super Saiyan 3 Kategorie-Leader, der eine oder andere hat bestimmt schon gewusst, das wird kommen. Ich genauso, tatsächlich, es kommt Dezember, Leute. Der nächste Dokkan-Fest-Intelligence-Type zum Bardock als Super Saiyan 3 Kategorie-Leader. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. 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 Zumal wir wissen, dass auch ein Super Saiyan 3 Gohan und Trunks noch kommen. Wahrscheinlich werden sie dann zeitgleich kommen. Das wird wirklich cool. Dann, zu dem, ähm, anderen Bardock, für den ihr 21 Medaillen gebraucht habt. Ähm, das wird der Bardock sein. Diesen Bardock hier wird man erwecken können, zu dem, den wir gesehen haben, mit den 21 Medaillen. Ähm, diesen Bardock gibt es schon in Global, deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr schon welche habt, wenn ihr welche zieht aus Bannern, er jobbt als SR. Dass ihr die einfach aufspart, in den Super Ticket rein tut, dann habt ihr ein SE10. Und dann, wenn das soweit ist, in Global oder in JP eben, könnt ihr auch vorbereiten, dann habt ihr ein SE10 Super Saiyan 3 Bardock als Eglity-Type. Schon mal sehr cool. Okay. Ähm, ansonsten haben wir die Namen. Int, SSR, so wie er dropped. Super Saiyan 3 Bardock, Awakening in the Rift of Time. Hört sich cool an. Und Int, Transcendent Ultraware, Super Saiyan 3 Bardock, Testimony of the Power of Saints. Hört sich wirklich geil an. Und dass Bardock, ein Charakter wie Bardock, um Bardock so sehr viel Hype, der erfahrt von Goku. Ich find's cool, dass er solche Karten bekommt. Mass Saiyan, dass seine alten Karten Awakening bekommen haben, dass jetzt ein dreifacher kommt. Leute, wir wissen, das ist von Heroes. Und von Heroes wird sicherlich noch mehr kommen. Denn momentan, momentan Heroes sind die Dragon Ball Heroes League. Also das kommende, was kommen wird für Dragon Ball Heroes. Einmal Kefla, Kalifla und Keikla. Aber zum anderen ein Super Saiyan 4 Broly und ein Super Saiyan 4 Bardock. Alle seiten in der Zukunft gespannt, Leute. Wir haben auch schon mal spekuliert, dass Super Saiyan 4 Gohan kommen könnte. Kann gut sein, Leute. Kann wirklich gut sein. Naja. Im Prinzip, wer ist eigentlich zu den Informationen, Leute, zum Super Saiyan 3 Bardock? Das, so sah der Leak aus, vom V-Jump. Und macht euch auf jeden Fall gefasst für den dreifachen Kategorieleader Super Saiyan Bardock, der dann Dezember ins japanische Dukambelle kommen wird, Leute. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen habt. Kurz ein neues Video, wollt euch auf dem Laufen halten. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut auf meinen Social Media Kanäle vorbei. Twitter, Twitch, Discord und so weiter und so fort. Alle Links in der Beschreibung. Habt noch einen schönen Abend, schönen Tag. Je nachdem, wie man es anguckt. Wir sehen uns, Leute. Peace. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020